Next.js, das Full-Stack-JavaScript-Framework für moderne Webanwendungen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. In diesem Video zeige ich dir in 15 Minuten alles, was du wissen musst, um deine eigenen Next.js-Webprojekte zu starten. Next.js ist das React-Framework für Full-Stack-Webanwendungen. Also ein Framework, mit dem du sowohl das Frontend als auch das Backend erstellen kannst. Für das Frontend wird dabei React genutzt. Next.js baut darauf auf und ermöglicht es dir, Full-Stack-Webanwendungen zu bauen. Der Unterschied ist, dass normale React-Anwendungen zunächst nur eine leere HTML-Datei rausschicken und die Inhalte werden dann erst beim Besucher nur klientseitig im Browser mit JavaScript gerendert. Das hat zwei entscheidende Nachteile. Zum einen können Suchbots deine Website nicht richtig sehen und du wirst dadurch nicht gut genug in Suchmaschinen indexiert. Außerdem ist dieser Ansatz sehr langsam. Und hier kommt Next.js ins Spiel. Next.js baut auf den bewährten React-Konzept auf und hilft dir, automatisch suchmaschinenoptimierte Web-Anwendungen zu erstellen. Next.js rendert die angefragte Seite bereits auf dem Server vor und schickt die vollen Inhalte dann an den Besucher raus. Dadurch können auch Suchbots deine Seite besser indexieren und du wirst besser gefunden. Sobald die erste Seite ausgeliefert wurde, übernimmt dann wieder React im Frontend und erzeugt dem Besucher eine hochdynamische interaktive React-Website. Mit Next.js bekommst du damit das Beste aus beiden Welten. Eine serverseitig vorgerenderte Website, die rasend schnell lädt und automatisch Suchmaschinen optimiert ist. Und auf der anderen Seite kannst du ein interaktives React-Frontend einsetzen und auf das riesige React-Ökosystem zugreifen. Next.js selbst bringt darüber hinaus aber noch weitere wichtige Funktionen mit, die wir uns gleich anschauen. So, um Next.js einzusetzen, sind nur wenige Voraussetzungen nötig. Im Grunde brauchst du als erstes nur Node.js und einen geeigneten Code-Editor. Wenn du Node.js noch nicht installiert hast, kannst du dies auf Node.js.org für dein Betriebssystem nachholen. Mit Node.js werden wir Next.js schließlich installieren. Als Code-Editor bietet sich Whistle Studio Code an oder jeder andere Code-Editor, der für die Webentwicklung geeignet ist. Darüber hinaus solltest du Grundlagenwissen in HTML, CSS und JavaScript mitbringen. Es schadet auch nicht, wenn du bereits Erfahrungen mit dem komponentenbasierten Konzept von React gemacht hast, da wir mit Next.js eben im Grunde React-App schreiben. Okay, soweit zu den Voraussetzungen. Genug der Vorrede. Dann erstellen wir uns doch direkt mal unsere erste Next.js-Anwendung. Da Next.js genau wie React Open Source ist, können wir uns die Projektstruktur ganz einfach kostenlos über das Editor-Terminal installieren. Das Kommando lautet npx create next app und dann einen Namen für deine App. Zum Beispiel Next.js. Und bestätige die Installation mit y für yes. Nach der Installation wechseln wir zunächst mit cd-Projektname in das Projektverzeichnis. Also bei mir cd-Next.js. Und dann starte ich den lokalen Entwicklungs-Server, damit wir die Anwendung auch im Browser sehen können. npm run dev. Die App kannst du ab sofort unter der Adresse loclost port 8000 im Browser betrachten. Die Startseite, die dir ausgegeben wird, enthält schon den ersten Inhalt, den du im Ordner pages index.js bearbeiten kannst. Schauen wir uns die Projektstruktur direkt mal an. Im neuen Projektordner findest du zum Beispiel die Node-Modules, die die ganzen npm-Pakete für die Funktionen enthält. Den Public-Ordner, der den öffentlichen Teil deiner Anwendung enthält. Und den Styles-Ordner, in dem die CSS-Styles angelegt werden. Du wirst aber hauptsächlich in dem Pages-Ordner arbeiten. Neben der App.js Hauptkomponente, die der Einstiegspunkt in die Anwendung ist und in der alle weiteren Komponenten hineingeladen werden, wurde uns auch schon die eben erwähnte index.js-Datei angelegt. Hier wird der Inhalt erstellt, den du eben im Browser gesehen hast. Da index.js ein React-Fullstack-Framework ist, werden die Seiten im Pages-Ordner ebenfalls als React-Komponenten mittels der JSX-Syntax erstellt. Fangen wir dafür mal mit einer komplett leeren Seite an, damit wir eine bessere Übersicht haben. Wenn du dir die Extension ES7-React installiert hast, kannst du dir das Anlegen von React-Komponenten übrigens noch etwas erleichtern. Das Grundgerüst wird dann automatisch mit dem Shortcut RFC, Enter erstellt. Ganz oben werden als erstes zusätzliche Pakete oder Komponenten in die Seite hineingeladen. Da wir eine Next.js-Anwendung erstellen, brauchen wir das React hier nicht. Dann wird die eigentliche Komponente als JavaScript-Funktion erstellt, die im Return die Ausgabe im Browser erzeugt. Hallo, Next.js. Der Text wird nun sehr klein als purer Text ohne CSS angezeigt. Wir können uns hier jetzt einfach die mitgebrachten CSS-Styles zunutze machen, die bereits in Home-Module-CSS definiert wurden. Home-Module bedeutet, dass dies CSS-Regeln sind, die für genau eine Komponente erstellt wurde. Die Global-CSS hingegen gilt für die gesamte Anwendung. Außerdem kannst du die CSS-Styles natürlich nachträglich beliebig anpassen. Zum Beispiel eine neue Farbe für den Titel festlegen. Oder die Hintergrundfarbe für die gesamte Anwendung in der Global-CSS ändern. Im Grunde sind das alles hier noch React-Grundlagen. Diese haben aber auch für Next.js Gültigkeit. So, in der Komponente musst du dir den Style dann als erstes importieren, um ihn nutzen zu können. Ab sofort kannst du die CSS-Regeln dann hier verwenden. Im div ein neuer H1-Tag mit Class Name und dann aus den Styles den Titel. Wunderbar, damit steht deine erste Seite. Das hättest du so allerdings auch mit React machen können. Schauen wir uns als nächstes da ja einige Next.js-Funktionen an. Als erstes möchte ich dir die Next-Routen zeigen. Was Next.js im Gegensatz zu React mitbringt, ist nämlich, dass dieser Pages-Ordner die Struktur genauso auch im Browser abbildet. Die Index.js ist im Browser unter Slash-Index erreichbar. Eine weitere neue Seite mit dem Namen Minute wäre dann unter Slash-Minute erreichbar. Der Dateipfad ist also genau gleich wie die URL im Browser. Legen wir uns dazu mal eine zweite Seite an. Im Pages-Ordner Minute. Als Dateiendung kannst du dann JS für JavaScript oder TS für TypeScript wählen, wenn du deine Anwendung mit TypeScript verwenden möchtest. Die dritte Variante ist JSX oder TSX. Dadurch weiß Visual Studio Code Bescheid, dass es sich bei dieser Seite um eine React-Komponente handelt. Das siehst du zum Beispiel ganz unten rechts im Editor oder auch am Symbol im Ordner. Die neue Komponente kann dann wieder mit RFC erstellt werden. Und dann kannst du eine eigene neue Module-CSS-Datei anlegen, wenn du möchtest. Eigene JavaScript-Funktionen erstellst du dir dann in der Komponente über dem Return. Zum Beispiel Let Zahl, New Date, Get Minutes. In der Ausgabe im Return greifst du dann mit geschweiften Klammern auf die JavaScript-Variablen zu. In einer neuen H1-Überschrift Zahl. Dies wird dann im HTML ausgegeben. Da der Hintergrund nun blau ist und der Text standardmäßig schwarz, ergänze ich hier ein Inline-CSS-Style. Du könntest das Ganze aber auch wieder in einer eigenen Module-CSS-Datei auslagern. Color, Light Grey. So, um nun zwischen den beiden Seiten hin und her zu wechseln, kommt die Next.js-Link-Komponente zum Einsatz, den wir uns zunächst importieren. Mit dem Tag Link-Href kann die Zieladresse festgelegt werden. Slash führt uns auf die Startseite zurück. Und innerhalb vom Art-Tag wird der Link definiert. Ich nutze einfach die Zahl und den Text Startseite. Und das hier soll Light Grey heißen. Unsere neue Seite erreichen wir unter Slash-Minute. 28 Startseite. Und mit einem Klick kommen wir instantan zur Startseite. Es gibt keinerlei Ladezeiten zwischen dem Seitenwechsel. Next.js lädt die Seiten rasend schnell, da sie sich mit der Link-Komponente bereits im Viewport im Browser befinden. Das gleiche funktioniert auch genauso für verschachtelte Routen. Im Pages-Ordner legst du dir zum Beispiel einen neuen Ordner Kunden an und erstellst hier eine neue Index.jsx. Diese Seite ist nun unter Slash-Kunden im Browser erreichbar. Oder du lässt deine Seiten dynamisch generieren. Dafür legst du eine neue Seite in eckigen Klammern an. Zum Beispiel ID.jsx. Für die URL kann nun ein beliebiger Wert in der Adresszeile hinter Slash-Kunden eingegeben werden. Next.js kann diesen Wert dann abfangen und entsprechend ausgeben. Hier kommt der Next.js-Router zum Einsatz. Import-Use-Router. Dann Const-Router. Use-Router. Und ich gebe die ID in H1 aus. Hallo Kunde. Router-Query-ID. Die Seite findest du nun unter Slash-Kunde Slash-Beliebiger-ID. Hallo Kunde 3652. Statt der Ausgabe hier könnte Next.js entsprechend der ID nun zum Beispiel Daten aus einer Datenbank laden und alle gewünschten Werte hier ausgeben. Dafür müsstest du dann nicht jede Kundenseite oder Produktseite einzeln anlegen, sondern es reicht diese eine dynamische Route in eckigen Klammern. Außerdem unterstützt Next.js von Haus aus API-Routes, die du ebenfalls im Pages-Ordner findest. Hier ist es dir möglich, eigene API-Endpoints zu erstellen und zum Beispiel Daten inklusive HTTP-Statuscode aus einer Datenbank abzufragen. Auch hier kannst du dann verschachtelte oder dynamische Routen nutzen. Die Datei ist dann im Browser unter Slash-API Slash-Hello erreichbar und gibt uns in diesem Beispiel einen JSON-Datensatz mit dem Namen John Doe zurück. Das wichtigste Feature von Next.js ist jedoch das Server-Site-Rendering, welche die Seiten für uns auf dem Server vorrendern und dadurch automatisch die Suchmaschinen-Optimierung für uns vornimmt. Dadurch werden die Seiten viel schneller ausgeliefert und sind dann auch für die Suchbots sichtbar. Next.js unterscheidet dabei zwischen zwei verschiedenen Verfahren, Static-Site-Generation und Server-Site-Rendering. Außerdem noch die Option Incremental Static-Regeneration. Beim Static-Generation wird deine Web-Anwendung beim Bildprozess im Editor vorgerendert und dann statisch exportiert. Dazu musst du die Anwendung dann nur noch beim Web-Poster hochladen. Solltest du allerdings Daten aus einer Datenbank abfragen, dann müssen diese zusätzlich beim Aufruf der Website gefetscht werden. Dazu ergänzen wir uns in der gewünschten Komponente die Funktion Export Async Function Get Static Props. Dadurch wird Next.js mitgeteilt, die Seite vorzurendern. Innerhalb der Funktion werden die Daten dann zum Beispiel aus einer Datenbank abgefragt und als Property in einem Return an die Komponente zurückgegeben. Die Props wird der Komponente dann mitgegeben und kann innerhalb der Komponente weiterverarbeitet werden. Dadurch können Seiten bereits vorgerendert auf den Server gelegt werden. Beim Server-Site-Rendering hingegen werden die Seiten beim Aufruf des Nutzers auf dem Server generiert, also bei jeder Anfrage. Damit sind die Seiten zwar aktueller, die Ladezeit ist aber etwas langsamer. Statt Get Static Props heißt die Funktion dann einfach nur Get Server-Site Props. Es ändert sich quasi nur der Name der Funktion. Dafür kann die Website dann aber nicht mehr bei einem statischen Web-Poster hochgeladen werden, sondern benötigt einen speziellen Hoster, der Next.js unterstützt, wie zum Beispiel Wersel. Eine weitere Variante des Server-Site-Renderings ist das Incremental Static Regeneration. Hierbei werden die Seiten ebenfalls serverseitig gerendert, aber nicht bei jedem Aufruf, sondern bei einem bestimmten Intervall. Hierzu wird der Funktion der Key Revalidate mit einer Sekundenzahl ergänzt. 300 steht für 300 Sekunden, oder eben alle 5 Minuten. Aktuell haben wir aber keine Daten aus einer Datenbank, die abgefragt werden müssen. Du kannst übrigens für jede Komponente immer wieder neu entscheiden, welche Render-Methode du verwenden möchtest. Beim statischen Generieren kannst du deine Web-Anwendung dann zum Schluss ganz einfach direkt im Editor vorrendern und exportieren lassen. Ergänze dazu in der Package.json-Datei einfach ein und und next export und führe das Kommando im Terminal aus. npm run build. Deine fertige Web-Anwendung befindet sich dann im Out-Ordner und kann bei einem statischen Web-Poster hochgeladen werden. Wunderbar, das waren die wichtigsten Funktionen, mit denen aus React mit Next.js ein Full-Stack-Framework wird. Darüber hinaus bietet Next.js aber noch viel mehr, wie zum Beispiel Image-Optimization, Analytics oder Fast-Refresh. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, noch mehr über Next.js zu lernen, dann schau gern einmal in meinen Udemy-Kurs zum Thema Next.js rein. Hier zeige ich dir in über 9 Stunden am Beispiel von einem realen Projekt alles, was du wissen musst, um deine eigenen Next.js Web-Anwendung umzusetzen. Die ersten drei Videos sind frei verfügbar und vermitteln dir einen Überblick über die enthaltenen Themen. Mit dem Link hier in der Beschreibung bekommst du den Kurs außerdem immer zum vergünstigsten Preis, egal was auf der Udemy-Website steht. Das Ganze komplett ohne Risiko mit 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Damit du eine Vorstellung bekommst, was dich im Kurs erwartet, zeige ich dir jetzt hier im Anschluss eine Zusammenfassung der Inhalte, die wir im Kurs erarbeiten werden. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Erfolg mit deinen Next.js-Projekten. Next.js, das React-Fullstack-Framework für moderne Web-Anwendungen. In diesem Kurs lernst du die kompletten Grundlagen von React und Next.js, um deine eigenen dynamischen Web-Anwendungen zu erstellen. Du lernst alles über die Entwicklung von Komponenten, die JSX-Syntax, die Frontend-Entwicklung mit React, das Routing der Anwendung, die Integration von NBN-Paketen und die Datenbank-Kommunikation. Und das alles am Beispiel einer realen Full-Stack-Webanwendung, die auf Next.js und React basiert. Ich zeige dir, wie du mit React und Bootstrap das Frontend erstellst, wie du mit Next.js verschiedene Renn-Daten nutzt, wie du Zustandsinformationen mit States verwaltest, wie du dir mit Next.js eigene API Endpoints entwickelst, wie du zusätzliche JavaScript-Bibliotheken einbindest. Und noch viele weitere Themen, die ich dir gleich im Lehrplan vorstelle.